Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind zurück bei Dead Space 3 und sind dabei die Leiter runtergekehrt an und suchen den Käpt'n. Den Raum des Käpt'ns. Weil der Käpt'n ist uns ziemlich scheißegal. Und der Käpt'n gibt die Befehle. Ah, der Käpt'n gibt noch die Befehle. Egal. Vielleicht die fünf Zitate? Gibt's ja auch noch. Natürlich. Hört alles dazu. Wir müssen also wieder fliegen, hab ich das Gefühl. Aber, warte mal. Zielen. Und... Oh, mit C machst du das dann. Wenn ich da jetzt durchfliege und es wird dann wieder... Schneller! Oh, das war so knapp, Alter. What the fuck. Ich war grad drinnen. Ja, ich auch, ey. Alter, ruhig dich mal. Deine Aggressionen bringen uns ja auch nicht weiter. Wir müssen noch weiter. Ja. Wir müssen noch weiter. Kann man hier eigentlich auch fliegen? Nö. Wurde ich nicht. Ich guck natürlich in die falsche Richtung. Ich bin tot! Au! Au! Hilfe! Mama! Wo sind sie? Wo sind sie? Kapitän! Ich meine, Jeff! Hilf mir! Hallo, wow! Kein Ding! So, hier ist ein Links. Das müssen wir wahrscheinlich benutzen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob es hier noch was gibt. Ach so, das ist ein... Das ist ein Batterie-Kern? Ja, das ist eine Scheißkiste. Ach komm. Ich will erstmal... Ja, da hinten ist auch nichts. Elektrical Engineering Interface. Was hier noch was? Oh, das ist ein Minispiel. Ja. Schau mal! Ja. Easy. Was für Ecker-Spiele. Warte mal, da ist noch ein Safe. Okay, dann gehen wir erstmal noch da hin. Ist hier noch irgendwas gewesen? Oh, man kann hier nochmal rausgucken. Nochmal richtig schön... Ja, richtig schön blenden lassen. Wunderbar. Vor allem, wie das aber auch blendet, ey. Soll ich den ganzen Tag hier rumstehen? Augenblick. Vielleicht da. Hey, wenn sie sich schämen nach dem Weg zu fahren... Ich mach dich noch dumm nebenbei. Mhm. Aber der Kunde hat... nicht kapiert, dass du Steve heißt. Nee. Ich weiß auch nicht, warum der denn den falschen Namen benutzt. Ich bin mir da echt unsicher und unschlüssig, warum das passiert. Aber ist der Name doch nicht so schwer. Na, Steve. Ja. So kompliziert ist er noch nicht. Steve's Deeson und Steve's Tochter unternehmen. Nee. Nein? Nee. It's clear. Hier ist ja auch nur ne Wand. Du kannst doch nicht einfach so gechillt da längs gehen. Du bist doch da gechillt längs. Ja. Das sag ich ja zu meinem Charakter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich erkenne da nix. Oh man. So gut das sieht, würde ich nicht wissen, wie der Teufel aussieht. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel hierzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Abschalten. Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Abanatur. Schubbe dann gerne. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Alvin. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Das sind zwei Planeten. Das eine ist vielleicht Monarch. Okay. Wir sammeln uns im Kontrollraum. Dann ausladen wir unsere nächsten Schritte. Clark, kommen sie zu sich. Los jetzt Clark. Mann, ich bin Jeff. Steve! Ja, mein ich doch. Ich war halt nicht ganz bei Sinn gerade. Gebe ich ja zu. Was ist das hier? Abspielen. Ich setze unten auf diesem Eis und überlegen von vielen tapferen Männern und Frauen. Soldaten, die im Krieg zuhause kämpfen können. Würden wir hier bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt zu uns? Wir suchen nach Hoffnung. Wir suchen nach Hoffnung. Wir suchen nach Hoffnung. Alles klar. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Marker. Backel hier. Wir haben ein schrottreifes Transport-Shuttle namens Crozier aufgespielt. Wenn wir es wieder stoppen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir diesen Shuttle finden, machen wir hier die Wiege. Perfand, Robert. Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. Backel. Ja, wir haben einen Schuss, der Ansatz zu nehmen. Das scheint das ist eine einzige Chance zu sein. Wo sehe ich es? Im größten Schiff der Flotte, der Terranoba. Aber es ist kein Stützel zu geschält. Ja? Wir müssen eine Möglichkeit der Hand haben, gegen den Schiff zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, um den Schiff zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, um den Schiff zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, um den Schiff zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, um den Schiff zu f archivieren. Bei uns sind dann um die Schiffen, die er hwerben. Wenn Sie eine Möglichkeit haben, um den Schiffen zu senden. Ich vertraue dem nicht, der Boden liegt hier. Richtig noch mal drauf ey. Gucke noch mal ein bisschen raus, ja. Esam öffne dich. Esam öffne dich. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist ein Safe. Jetzt noch mal scheiß. Warte mal, können diese Viecher über Kisten stolpern eigentlich? Kann man denen eine Kiste ins Gesicht hauen? Weiß ich nicht. Das werde ich ausprobieren. Man könnte meine Warnung schon mal. Ja. Funktioniert das? Das funktioniert. Haha. Fuck. Hab ich nur eine Frage. Ja. So geht die immer auf mich los. So geht die immer auf mich los. Weil du dich immer wie ein... Boris anbietest. Du brauchst wieder einen Medipack oder was? Ja. Ich hab noch einen Balken. Was bist du nur für einen Typ, ey. Ich geh gar nicht. Du schluckst die wie Gummibärchen, ey. So. Mehr gibt's nicht, Soldaten. Ich werd gar nicht wieder laufen. Ja. Du kannst außerdem wegrollen, dann kriegst du keinen Schaden, ey. Verkrüpple ich aber meine Finger. Wenn das deine größten Sorgen sind. Okay, hier geradeaus muss man lagen, also... Erstmal in den Lagerraum. Erstmal in den Lagerraum. Wir müssen uns doch hier eindecken. Alles gelootet. Schrotflinte. Ja. Schrotflinte... Ich hab die zugegeben. Schrotflinte. Und plus einen Chip. Warte mal. Also. Aber hier finden wir irgendwie grad wenig Medipacks. Kann das sein? Ja. Du hättest die halt am Anfang nicht schlucken sollen wie Gummibärchen. Ich hab die auf der Bank, aber wir kommen ja grad nicht zur Bank. Du hast die auf der... Und ich geb dir alle meine Medipacks! Sag mal, geht's noch? Ne. Damit ist jetzt Schluss. Packt er die auf die Bank, ey. Ich werd nicht mehr. Warum packt er das Wichtigste auf die Bank? Wenn mein Taschenpfeil war. Dann packst du irgendeinen anderen Schrott weg. Hier waren wir doch auch schon. Ich hab Bock, die hat zu erschießen hier. Fuck. Ihr das wieder... ... kann man herstellen. Schrotflinte, weißt du. Wir können ja die flingen. Ja, aber unwitzig. Und nen Clip kann man nun auch direkt reinpacken. Genau. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Wo sind die? Hey, hey. Wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Wieso hab ich die hier nicht gelistet? Sehe wir dieses Skippmann. Hast du die bei dir gelistet? Oder hab ich einfach nur kein Geld? Ähm, warte mal. Ich hab ja gar nichts gelistet. Hauswahl. Da. Einfache Strahlenkanone fehlt das. Altmetall. Warte mal. Aber hier kann man irgendwie auch herstellen. Medipacks herstellen. Neu. Neu. Ich hab 10 Stasi-Packs. So viele Brücken auch, oder nicht, oder? Naja, weil dann doch nix. Ich behalte die erstmal lieber. Wie kann man denn jetzt hier... Ich möchte neu. Schwerer Standardrahmen möchte ich herstellen. Ach, warum denn nicht? Versuche ich's einfach mal. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hergestellt hab. Komplexer Standardrahmen, schwerer Standardrahmen. Ich hab keine Ahnung, wie die Schrotten bewirbt. Nix. Ja, anscheinend. Pläne. La, la, la. Stolperfalle. Löcher. Die hat ich auch alle. Schrotfinder steht. 13 Halbleiter. Du hast eine Schrotflinte gelistet? Ja, wenn du über Herstellung klickst, ganz unten steht. Ganz unten? Ach, da, ja. Oh, mir fehlt noch viel mehr. Ich hab's. Ich hab sie. Ah, da fehlt mir noch viel mehr. Mir fehlt auch noch Altmetall. Waffen Upgrades, Objekte herstellen. Oder ich hab kein Geld. Das kann auch sein. Was ist ein Stasi-Pack? Wozu bräuch ich das? Das ist, glaub ich, damit wir unser F-Ding machen können. Oder dieses C-Ding. Oder so anzubauen. Das F ist es, glaub ich. Mhm. Ich nehm mal ein paar Medi-Packs mit. Ja, das wäre vielleicht auch angebracht. Warte mal, ich werd mal die kleinen Medi-Packs in große umwandeln. Geht das? Ja. Wie denn? Ach, ne. Da verbraucht man ein Gel. Scheiße, dass ich mein Gel verbrauch. Wie geht das denn? Du gehst auf Herstellen. Ja. Und das kostet aber Gel, doch nicht die kleinen. Ich nehm jetzt vier Medi-Packs mit, das dürfte reichen. Das... Ey. Der brauchte schon vier Medi-Packs innerhalb der letzten fünf Minuten, ey. Aber... Altmetall so kann man nicht weggeben, ne? Also, jemand anderes geben. Eine Anzugstation mach ich doch mal hier. Anzug wechseln. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E-Wah-Anzug? E-Wah-Anzug. Ich hab hier nur E-Wah-Anzüge gefangen. Wo wüsste denn? Ich bin den Weg weitergegangen. Was soll ich denn daneben dir stehen die ganze Zeit wie ein Mongos? Was soll? Lüssigerweise hab ich anscheinend Gel. Ja, Gel braucht man ja. Das hier könnte ich doch mal machen. Upgrade herstellen. Für meine Panzerung. Ja. Mehr kann ich nicht machen. Doch da. Ja. Riecht nirgends wo was rum. Okay. Gibt es vielleicht eine Chance das Ganze zu stoppen? Wir meine wissen doch wie das Ende zu werden. Hätte man von zweieinhalb Jahren an den Weg gefunden, die Marker zu stoppen wären wir jetzt alle es nicht erheißen. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kommt hier. Sie denken, siehe uns im Leben. Vergerissen Sie es. Vergerissen Sie es. Gehen Sie es. Okay? 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 Ah, benutze anserverstofftanks chinesis. Not quasi. Wie geht das jetzt an? Dich benutzen sie, zack. Das sauge ich mich mal ein hier. Wo müssen wir denn hin jetzt? Lass uns aber schnell hin. Ja, wir müssen eh rein. Wo ist das denn? Oh, darf ich jetzt fliegen? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Oh Gott. Sag mir, das ist nicht wahr. Terra Nova? Wir müssen noch nach Terra Nova oder nicht? Weiß ich nicht. Doch, noch Terra Nova. Blink doch da sogar ein Pfeil drauf. Oder heißt das, wir sind da. Ah, das klappt schon. Huh. Ich hoffe, es fliegt alleine. Bisschen links. Oh, 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 oh. Wand. Oh Gott. Ja, ja, ich flieg doch schon. Oh Gott. Es kann gar nicht schief gehen. Oh nein. Oh Gott, das große Ding kommt immer näher. Wo war hier nochmal die Bremse? So, ganz geschmeidig hier durch. Genau. Ich mache auch gar keine Umwege oder extra Drehungen. Naja, du musstest hier richtig anfliegen. So, angeflogen. Lieber so als zu failen. So, wir sind da. Ja. Ja. Dann lass uns auch mal. Hau uns hier! So. So rein hier. Ich hab' ein ganz gutes Gefühl gerade. Ich hab' ein gutes Gefühl gerade. Echt? Wieso? Ich weiß nicht. Weibliche Intelligenz. Weiß nicht? Ja, okay. Recht, klar. Ich hab' einiges. Rufen. Jo. Ich warte mal wieder auf den Lift. Irgendwann wird da mal ein Vieh drin sein. Ja. Und du wirst einfach reinlaufen und wirst sterben. Oh, oh, oh. Wir wollen nachts fahren. Ja. Wollen wir denn überhaupt nicht fahren? Keine Ahnung. Ich stell' dir erstmal ganz gechillt hin. Ich schau' mir mal dein Gesicht an. Ja. Sehr möchtiger Darth Vader. Darth Jeff. Darth Jeff, Maul. Darth Jeff, Jeffs. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Nicht vertrauen. Wir vertrauen hier niemandem. Niemandem, sag' ich. Ich vertraue dir auch nicht. Ihr vertraue euch. Halt. Halt. Achso. Ja, teilen wissen wir doch schon. Haben wir doch schon oft genug jetzt gemacht. Ja. Von einer Seite. Oh, meine Jacke. Deine Jacke? Mal sehen. Hier liegt was. Ja. Auf der Brücke hat das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Refloschub aktiviert. Da da gehe. Ruhig, Brauner. Der das Gesicht wird gefällt. Ruhig, Brauner. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Und bevor wir das Ganze aktivieren. Machen wir eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis der Helm. Tschüss, tschüss.